Wo sind wir denn hier? In Canja, hier vorne ist die alte Burg, ist ja nur noch ruinhaft vorhanden, zum Glück noch gut erhalten, natürlich aufgrund des trockenen Wetters hier immer, kann natürlich auch kein Verfall so stattfinden in dem Sinne. Was meinst du, was ich hier waschen könnte, Anja? Hast du die eingekauft? Ich habe hier Früchte eingekauft, Lektarinen, Äpfel und was ist das andere, das Haarige? Pfirsich. Hier drin hat auf jeden Fall kein Wasser. Wir haben doch Wasser mit. Was gibt's denn hier leckeres? Gewolltes Eis. Märam und straks 브� temporada Ja, wir sind Bockweil, ja. Märam, lecker Eis, nicht? So macht Emily wenn Levi Fotos machen muss, ne? Und was macht Levi dann? Auch so. Oh, Setti kann das auch. So, dann lass uns mal weitergehen. Pampi neu machen, zeig mal. Das liegt aber nicht an der Pampers. Sehr, sehr hart. Nein. Das ist Tee. Ist das von Stechapfel? Ist das das? Manoli, vorerst geht's ja. Ja, er wird ja was. Mila. Mila und Danty. Der Wind ist hier. 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 Hier oben drauf, guck mal, da. Ach krass. Guck mal, was das ist. Das ist eine Heuschrecke. Der hat auch eben so die Beine hoch gemacht. Das ist eine Heuschrecke, eine kleine. Hast du nie gesehen in dieser Farbe. Deine Hand ist davor, mach von hinten. Guck mal, hübsch ist hier. Guck mal hier drauf. Der will nicht. Angst, der kleine. Guck mal hier. Keine Heuschrecke, warum? Zieht so schlecht von hier der Kamin oder ist da gar kein Abzug? Ach der Scheiße, runtergefallen. Wollen wir stehen mal lieber weg. Guck mal hier. Guck mal, hat Angst. Die will nicht, lass sie einfach wo sie ist, vielleicht mag sie das auch hier. Guck Abwehrhaltung, will die boxen schon. Boxen? Na komm mal, Harro. Puh, ich kann die nicht mehr stehen. Das ist schon heftig. Der zieht gar nicht weg, der auch. Nee, hab ich auch gedacht. Musst du irgendwo einstellen vielleicht, ne? Padrecito cielo, las gracias te damos, las gracias te damos. Padrecito cielo, las gracias te damos, las gracias te damos.